darum kannst du mit dem motorrad auf der rennstrecke nicht später bremsen oder soll ich eher fragen warum kannst du nicht später bremsen ich sage aber eher darum weil das hier ist eher die auflösung dafür und wie du das in zukunft machen kannst dass du vielleicht später bremsen kannst es wäre geradezu fatal zu sagen brems am besten einfach beim 150 meter schild wenn das aber eventuell für dich zu spät ist und du dann in die bredouille kommst und sagst das ist mir zu krass ich muss vielleicht geradeaus gehen oder so deswegen ist so ein bremspunkt einfach ohne untergrund ohne unter hintergrund wissen später zu setzen weil irgendjemand sagt ach das geht sich ja locker aus am 150 meter schild oder meinetwegen 100 meter schild zu bremsen das kann enorm schief gehen und ich lasse dir gesagt sein eines in spät bremsen oder ein früh gas geben muss immer unterbewusst passieren und darf nie eine bewusste entscheidung sein weil jemand sagt ich muss das tun sondern es muss immer unterbewusst sein es muss immer eine entscheidung sein weil du dich am motorrad extrem selbstbewusst fühlst das motorrad ihren extrem selbstbewusst das gefühl gibt und du deswegen unterbewusst entscheidest ich habe eigentlich so viel zeit ist so easy ich kann ich brems hier und das ist halt dann eventuell später zurückzuführen um die grundlage dafür ein bisschen zu bestärken ich bin natürlich viel unterwegs viele von euch fahren mit mir auf der rennstrecke und da kündigen sich so immer so die gleichen ich sag mal die gleichen pappenheimer so ein bisschen an und ich sehe das schon immer wer so die gleichen eigenschaften hat aus fahrerischer perspektive betrachtet und eine dieser 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 sachen sind natürlich okay auf der bremse verliert man viel zeit aber warum ist das eigentlich so und ich kann euch sagen in der regel wird meistens zu viel und zu hart gebremst oder zu stark und zu lange gebremst und dadurch wird extrem viel runden zeit teilweise verloren gegangen teilweise auch total unnötig und trotzdem ist man aber in einem höheren risikobereich als wenn man eigentlich schneller fahren würde nur wenn man ein paar wichtige faktoren dazu gewusst hätte wenn du denn das gefühl hast du bremst zu früh oder viele sind ab der bremse oder am kurveneingang sage jetzt mal schneller als du dann hat es meistens zwei faktoren das ist zum einen die blickführung das ist das ursprüngliche zum anderen ist es dann resultierend daraus die linie was letztendlich dann noch weiter resultiert dass du zu früh bremst und zu viel bremst dazu müssen wir uns so ein bisschen die linie anschauen schauen wir hier gleich auf dem blatt papier an und du musst wissen dass anhand deiner linie anhand deiner blickführung bist du bremstechnisch am limit das ist schon mal schön das heißt du bist schon am limit du machst quasi mit den vorherigen fehlern die du zwar machst machst aber dann trotzdem alles richtig und tust es dann wieder versuchen zu kompensieren das ist nicht so einfach zu verstehen aber ihr werdet jetzt hoffentlich durch checken so schauen wir hier bei mir aufs blatt papier ich habe hier zum beispiel ein beispiel herausgesucht weil ich war es gerade ausleben da ist es ziemlich prädestiniert viele von euch kennen ausleben ich glaube kennen die meisten mehr aus brünn oder so das ist ja die gegengerade die hier aus der schikane hinten rauskommt und dann kommt die shell es und dann ist quasi hier die erste rechtskurve und da ist ein 200 meter schild 150 meter schild und 100 meter schild und ich bremste zum beispiel ich bremste zum beispiel 150 meter schild das ist schon sehr spät ich aber wie gesagt du darfst das nicht einfach irgendwie brems einfach bei 150 meter schild matthias hat das gesagt sondern es hat seinen grund viele von euch bremsen beim 200 meter schild was total okay ist ist theoretisch auch sinnvoll da mal anzufangen nur es geht halt wenn man da irgendwo anfängt zu bremsen meistens darf zu viel zeit verloren und ich zeichne jetzt mal kurz eben die linie ein wie viele von euch oder viele dies jetzt falsch machen derjenige der das richtig macht er braucht es ja gar nicht anschauen zeichne ich mal die linie ein wie ihr die quasi fahrt so er bremst beim 250 200 meter schild und bremst sehr lange grad aus und vernichtet dabei sehr viel energie so man hat einmal jemand erklärt kurven müssen wir hinterschneiden damit wir spät innen sind damit wir gut raus beschleunigen können und speziell hier im shell es weil es dann auch noch nach links geht also sprich auf die linkse sehr guten anschluss haben das ist grundsätzlich richtig und genau das ist das problem das im endeffekt dazu verleitet genau das hier falsch zu machen so und dann passiert folgendes man lenkt hier relativ spät ein um letztendlich dann am scheitelpunkt hier innen zu sein und einen guten anschluss auf die nächste links kurve zu haben und das ist prädestiniert wenn so ein rechts links wechsel ist so was passiert letztendlich aber hier wenn wir das mal ein bisschen auseinander teilen wir haben eine lange gerade die ungefähr von hier bis hier geht und dann haben wir ein schräglagen anteil der von hier bis hier geht also so einen schönen bogen das heißt wir haben einmal aufrecht von null grad sage ich jetzt mal null grad schräglage und dann haben wir auf einen schlag 45 50 grad um die kurve zu fahren einfach mal merken und das mal zu splitten dazu habe ich ein zweites sheet hier den christoph dahinter der kamera stehen steht machen lassen danke christoph für die schicht das ich gerne bitte sagen und jetzt habe ich mal so ein diagramm das quasi abhängig ist von zeit in der achse und geschwindigkeit in der achse und wir sagen jetzt einfach mal wir kommen mit 200 km h an dem an der gegen gerade an das ist wahrscheinlich bei manchen mehr weil der 600er ist 200 sagen wir einfach mal 200 ist einfacher zu rechnen so und was passiert jetzt mit dieser linie die wo du jetzt gewählt hast mit sehr lange aufrecht und dann diese lange zeit auf einschlag im 45 grad winkel schräglage hast du bremst relativ stark und deine geschwindigkeitslinie also die geschwindigkeit fällt sehr schnell sehr stark nach unten und das ist das alles das was letztendlich passiert währenddessen du in null grad also in aufrechter position bist so da fällt die geschwindigkeit stark nach unten so und jetzt wenn wir uns erinnern diese linie die ich jetzt gerade gezeichnet habe diese abfallende die geht im endeffekt vom bremspunkt bis hier so und jetzt kommt deiner dein extrem starker schräglagen aufbau der sehr abrupt kommt das heißt du musst die bremse loslassen und einlenken weil du hast ja gelernt bei 45 50 grad kannst du ja nicht mehr bremsen das heißt du machst eigentlich alles richtig das heißt du lässt die bremse los und längst ein wenn du die bremse los lässt passiert mit der geschwindigkeitslinie folgendes sie wird waagerecht weil dann hältst du die geschwindigkeit so und dann fährst du in dieser geschwindigkeit hier im faktor zeit in dieser zeitachse relativ lange gleich 45 50 grad schräglage bist du den scheitelpunkt erreicht hast das ist natürlich hier jetzt ein bisschen überspitzt aufgezeichnet aber so versteht man es letztendlich besser so du hast du kannst weil du alles richtig machst weißt du ja okay bei 45 50 grad schräglage kann ich nichts machen ich muss warten bis die kurve vorbei sie möchte schön innen sein um einen schönen anschluss auf die linkskurve zum haben so weit so gut alles richtig so nur ist es aber leider nicht so schnell warum ist es nicht so schnell weil wir hier eine phase haben ihrem diagramm die sehr lange die gleiche geschwindigkeit hat und eine phase die lange die gleiche geschwindigkeit hat ist letztendlich eine verlorene phase so genannte rollphase und jetzt zeige ich euch wie es besser geht so aber bevor wir das machen noch kurzes vorwort zu unserem sponsor das ist nämlich hier die bären branke von diopathy der sponsor dieses video danke diopathy und an die bären branke zum sponsern für das video diese bären branke ist dafür da dass ihr zum beispiel weniger solche schwielen an den händen kriegt und dann kann man die schön anziehen und kann sich da quasi so die schwielen so ein bisschen unter dem handschuh dann bekommt man weniger blasen spielen und so weiter nutzen sehr viele die gibt es auch in verschiedenen ausführungen mittlerweile in verschiedenen stärken manche brauchen ein bisschen dicker manche wollen ein bisschen dünner damit man hier eben weniger weniger blasenbildung kriegt super sache kosten nicht viel halten sehr lange ich ich fahre die auch und ich brauche eigentlich nicht viel von denen weil bei mir halt ein paar relativ lang gebundet ihren verschleiß schaut mal rein unten in der beschreibung link zur bären branke danke zum sponsern für dieses video gut dann schauen wir uns an wie es besser und quasi schneller und schönerweise oder wie schönerweise witzigerweise auch noch schneller und sicherer geht jetzt habe ich einen kompletten schwachsinn gesagt okay das lassen wir drinnen das ist das ist auch technisch okay jetzt schauen wir uns an wie es quasi schneller besser und sogar noch sicherer geht wir haben gerade einen kleinen technischen defekt mit einer speicherkarte gehabt deswegen leicht durcheinander aber egal so jetzt müssen wir was machen was relativ konträr ist das heißt wir müssen anfangen theoretisch früher schräglage aufzubauen jetzt könnte der ein oder andere sagen ja aber so kompletter bullshit jetzt war ich früher schräglage auf ist ja eher schlecht der vorteil am früher schräglage aufbauen ist dass wir länger mit weniger schräglage fahren können und weniger schräglage heißt ich kann mehr bremsen oder weiter in die kurve hinein bremsen oder auch schneller hinein fahren um früher schräglage aufzubauen müssen wir quasi früher einlenken das heißt wir fangen letztendlich früher an einzulenken so einen tacken einfach einen tacken früher ich erkläre dann noch gleich wie das geht aber jetzt sage ich erst warum wir das machen wenn wir hier früher einlenken dann passiert folgendes wir fangen zwar früher an schräglage aufzubauen aber unsere maximale schräglage fängt erst ungefähr hier an zu entstehen das heißt wir fahren zwar hier schon mit minimaler schräglage an aber das sind gerade mal 10 15 grad im einlenken und mit 10 15 grad können wir mit dem motorrad theoretisch noch alles machen auch richtig hart bremsen jetzt fahren wir nicht nur einen kürzeren weg sondern der weg ist auch schneller weil wir jetzt ist auf der anderen linie die maximale schräglage schon ab hier und auf dieser linie ist die maximale schräglage erst ab hier so und um das genau zu verstehen müssen wir uns das nochmal am diagramm anschauen weil ich jetzt oder nicht anders um das nochmal abzuschließen meine niedrigste kurvengeschwindigkeit kann ich dann letztendlich bis hier bis in dem bereich hier abbauen auf der anderen linie muss ich meine maximale kurvengeschwindigkeit schon hier haben das heißt ich kann weiter in die kurve hinein und bin in dem bereich quasi schneller so um es am diagramm zu zeigen gehen wir mal davon aus wir haben identischen speed können wir jetzt hergehen und können sagen wir bremsen jetzt später das heißt wir fahren theoretisch werden wir noch ein bisschen schneller werden wir später bremsen das heißt die geschwindigkeitslinie geht hier noch einen tacken hoch und dann fangen wir an zu bremsen und im besten falle bremsen wir schön gleichmäßig in einem gleichmäßig abfallender linie bis zum scheitelpunkt so und jetzt habt ihr gesehen als bin ich schon her gegangen und habe die linie die bessere linie jetzt vom scheitelpunkt den scheitelpunkt speed quasi unter die andere gesetzt da könnte man jetzt sagen ja aber wieso das hat den hintergrund da wir jetzt auf der linie einen engeren radius fahren müssen und wenn wir drei faktoren haben die wir nicht voneinander ändern können dann ist das die schrecklage die geschwindigkeit und der radius das heißt wenn wir einen dieser faktoren ändern ändern wir immer einen anderen mit das heißt wir verändern hier den radius in dem dass man hier spitzer reinfahren und das motorrad ist limitiert mit der maximalen schrecklage von sage ich jetzt mal 50 grad je nach reifen je nach motorrad wir rechnen einfach mal 50 grad somit muss ich die geschwindigkeit minimal verringern um hier quasi diesen perfekten radius zu fahren um genauso auch schön von innen oder von der rechten seite den anschluss auf die nächste links kurve zu haben das ist aber nicht so schlimm weil wenn wir uns das wieder anschauen dann könnte man sagen dass das die schlechte linie ist und dass die gute linie ist so haben wir das ungefähr gemacht und jetzt könnte man sagen ja aber hier bin ich auf der guten linie ja bestimmt 15 kmh langsamer sagen okay rechnen wir mal gegen das hier alles was hier zwischen diesen zwei linien ist diese große fläche ist alles gewonnene zeit gewonnene runden zeit der besseren und direkteren linie und das hier zwischen den speeds am scheitelpunkt ist die verlorene zeit der besseren linie und wenn ich das jetzt ins verhältnis setze dann muss ich sagen habe ich auf der besseren linie so viel mehr zeit am kurven eingang von hier nach hier gewonnen dass ich oder sagen von von hier nach hier mehr zeit gewonnen dass ich hier ruhig diese minimale zeit investieren kann um da aber schneller reinzukommen und der sicherheitsaspekt ich bin weniger lang in schräglage weil meine maximale schräglage ist nur theoretisch von hier bis hier und das ist nur die hälfte von der maximalen schräglage der anderen linie das heißt ich bin zum einen schneller und deswegen auch sicherer das einzige der einzige nachteil dieser linie ist der die fotos werden unspektakulärer weil die fotografen nicht so lange zeit haben die maximale schräglage zu erwischen weil das viel kürzer wird im übertriebenen sinne könnte man auch sagen wenn du quasi dich mal verbremst oder zu spät bremst weil du dich wirklich mal verguckt hast dann darfst du auf keinen fall später einlenken wie auf der ersten gezeiten linie sondern eher tendenziell noch früher um den eingang so gerade wie möglich zu machen und auch im worst case die kurve überschießen zu können und dann irgendwo hier rauszukommen dann vergrößerst du den radius somit schräglage geschwindigkeit radius kommt dir dann zugute das ist ja auch das was passiert wenn in der motor spiel der eine den anderen überholt innen beim anbremsen reingeht zum scheitel weit gehen muss weil er dann den radius enthalten kann und dann rausgeht und der nächste wieder reingeht letztendlich ist nichts anderes das was hier passiert so und jetzt könnten aber viele sagen ja meinerlich verstehe ich schon wie du das meinst und ich versuche das auch immer zu machen das klappt aber nicht immer und das ist der letztendlich schluss letztendliche grund warum dass das überhaupt so weit kommt warum die linie falsch gewählt wird und dann b nicht richtig warum man nicht richtig bremst obwohl man mit der linie die man wählt theoretisch dann das mögliche rausholt und das ist so genannte blickführung es gibt ein eigenes video zu der blickführung das habe ich kostenpflichtig macht das ist immer unten verlinkt aber ich nehme einen teil davon raus ich nehme einen teil für dieses video jetzt davon raus und erkläre ich das und zwar geht das schon mal los da wo ihr beim bremsen hinschaut das heißt wenn ihr meinetwegen euer 200 meter schild beim anbremsen für euch fokussiert habt sagt ich bremse beim 200 meter schild dann ist meistens der fehler dass man dieses 200 meter schild wenn man so auf moped hängt so anschaut und dann wartet bis das 200 meter schild da ist und dann ist es da und dann bremse ich und dann fange ich irgendwann an nach vorne zu schauen und genau das ist der moment wo es eigentlich schon zu spät ist weil ich darf nie dieses bremsschild oder was auch immer du eine mauer eine brücke was auch immer ein zaun als bremspunkt hast wenn du das an wie sie erst passieren folgende faktoren zum einen du verlierst den weg nach vorne und verlierst somit den blick in die kurve hinein zum scheitelpunkt der kommt dann erst zu spät zurück und das noch viel gravierender ist warum du dann auch früher bremst noch dazu alles was nahe ist bewegt sich viel schneller guck mal bei 30 km h mit dem fahrrad vor dein vorderrad bewegt sich irrsinnig schnell wenn du mit 850 km h im flugzeug sitzt und schaust aus dem fenster bewegt sich gar nichts das heißt alles was weit weg ist bewegt sich viel langsamer und viel entspannter das heißt du sollst beim anbremsen nicht den bremspunkt anvisieren und nicht fokussieren sondern der blick muss beim scheitelpunkt sein und der bremspunkt der muss eigentlich im peripheren sehen an die vorbeigehen und sagen jetzt ist er da jetzt ist er da und ich wo ist er hier war ich hier hier war der bremspunkt da hinten und dann scheitelpunkt haben wir ein bisschen hinterschnitten sehr gut so blick beim anbremsen auf der geraden schon bevor du hoch gehst schon am scheitelpunkt und der bremspunkt muss so an dir vorbeigehen du darfst den nicht anvisieren und dann hast du viel mehr zeit und wählst auch die direktere linie zum eingang ja das ist die theorie viel spaß beim umsetzen ich bin gespannt wer schafft viele von euch haben das mit dem training von mir schon recht gut hinbekommen manche müssen ein bisschen länger daran arbeiten aber das sind die faktoren blickführung linie und dann klappt auch mit dem bremsen und wenn ihr dann so viel entspanntheit habt weil er richtig guckt weil er richtig die linie welt dazu aufs gucken dann sagt der irgendwann ist eigentlich relativ entspannt ich brauche gar nicht so hart bremsen und das ist der grund warum ich teilweise manchmal sogar früher und weniger hart bremse sogar als manche leute die zehn sekunden langsamer sind wie ich sollte einen zu denken geben und man schon bremsbeläge also ist auch noch günstiger also ich hoffe das war interessant gebt mir gerne einen daumen hoch für dieses video abonniert auch gerne den kanal der christoph lacht unter der kamera ich weiß nicht warum er lacht vielleicht lacht an mich aus sagt sie was zu erzählen der scheiße kann auch gerne abonnieren ich bedanke mich wir sehen uns beim nächsten mal bis dahin und ciao